Liebe Kärntnerinnen, liebe Kärntner, das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Ich habe in diesem Jahr sehr viele Kontakte mit Menschen in ganz Kärnten gehabt und es ist immer wieder ein Thema als sehr wichtig dargestellt worden, nämlich die entsprechende Anzahl und Leistbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen vor den Kindergärten. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Wir haben ein großartiges Land, wir haben eine großartige Jugend. Ich möchte, dass wir in diese Jugend, in diese Kinder, die einmal unsere Zukunft darstellen werden, mehr investieren. Ich möchte, dass wir in Kärnten Kinderbetreuungseinrichtungen haben, die aus Sicht der Eltern leistbar bzw. kostenlos sind. Ich habe daher eine Arbeitsgruppe installiert, die daran arbeitet, das finanzierungsfähig zu machen und damit allen Kindern die gleiche Chance zu geben, gut optimal betreut zu werden und schon sehr früh in ihrem Kindesalter wichtige Bildungsschritte zu unternehmen. Wir werden in absehbarer Zeit unser Konzept vorlegen. Mein Ziel ist klar. Ich möchte, dass Kärnten europaweit das kinderfreundlichste Land wird. sind sehr, sehr gut und kleinlichste Land Jewel. Wir können nicht alles, was ich auch hier in die Kärnten,